Ein unschönes Bild setzt sich in meinem inneren Auge zusammen. Nichts hier oben! Rathran? Aber wenn nicht sogar was von diesem Typen gelesen! Ja, irgendwo haben wir auf jeden Fall, äh, welcher Name kommt mir bekannt vor? Von dem müssten wir was gelesen haben. Könnt ihr mal die Leiche wegräumen? Das stört so ein bisschen. Komm, wir bringen sie zur anderen Leiche. Verwüsten wir den Tatort! Ja, er wurde mit dem Bild erschlagen, denn das Bild hängt schief. Aber sicher doch, Chicken. Nee, nee, der wurde bestimmt nicht hier mit der Schüssel. Beste Detektivin ever! Naja, aber immerhin noch besser als für sowas wie das Öffnen an der Tür rein. Kein Archiv-Man zu bekommen. Was einen zum besten Detektiv der Welt auszeichnet. Seid ihr zu zweit? Bist du allein? Hm, du bist allein. Okay. Ganz allein! Ganz allein! Zehren wir dich davon! Wir können dich natürlich auch in der... Hier, schmeißen wir dich in die Abstellkammer. Ja, zusammen mit der Leiche, die wir... Die ihr getötet habt. Das war dein Kollege, aber jetzt hast du die Leiche getötet. Hier, begraben wir dich unter der Leiche. Sag mir die, das ist Kidda's Shop. Okay, das könnte bitte Kidda's Shop sein. Was steht denn da dran? Square Shops. Da steht aber nicht, dass es Kidda gehört. Oder ist hier irgendwo ein Schild? Und hier ist auch ein Hebel abgebrochen. Oder ist es... Hm. The Cheese Bread Factory! Käsebrot! Käsefahne! Was? Sheogorath hat hier einen Laden eröffnet. Ja. Hat er! Denn auf den Shivering Als lässt sich Zeug nicht so gut verkaufen. Das ist Holz. Nicht. Das ist Stein. Ja, das ist Holz nicht. Das hast du gut erkannt. Das ist nicht Holz. Da kann ich von hier aus irgendwo... Nö, ist auch alles an Fensterläden zu. Niemand ist hier. Niemand. Außer dein bewusstloser Körper. Ja, genau das. Ach, zu stahl ist der, ja. Ist das Holz? Vergröße, ja, aber... E-V-E-V-E kann ja trotzdem nicht hingeschossen werden. Ich müsste da hoch, um da auf den Balkon zu kommen. Oder alternativ, du suchst dir mal wieder eine Kiste. Denn Kisten sind in diesem Spiel OP. Sieht auch schön aus. Ich höre Leute. Aber ich weiß nicht, wo sie sind. Ich weiß nicht mal, wo ich hinlaufe. Ich laufe im Kreis. Oh. Meine Füße tragen mich immer wieder hier hin. Keine Ahnung, woran das liegt. Dann geh doch zu den Hammerinen, Chicken. Dann geh doch. Ach, gehen wir auch. Ach, da ist der Balkon hier. So viele Fenster, durch die wir durchsteigen. Das letzte Einhorn! Auch wenn der Typ da oben aussieht wie Zeus und nicht der rote Stier. Aber es könnte trotzdem eine Szene aus dem letzten Einhorn sein. Ja. Irgendwie schade, dass dieser Film meistens nur im Fernsehen während der Weihnachtszeit gezeigt wird. Oh, da ist meine Tür. Oh, wie soll ich denn da hinkommen? Alter, ich weiß jetzt schon nicht mehr, wo wir sind. Ja, mach doch die Karte aufschicken. So viel zu erkunden. Hier wirst du checken, ja. Oh, wie soll ich denn nach oben hinkommen? Obwohl, das ist... Ist das... Okay, das ist Shop. Shop. Ja. Fangen wir erst mal weiter den Weg hier. Okay, da, Katar, Katar. Was machst du mit mir? Oh, hier gibt's Weine. Ich muss mal ein paar Flaschen abgreifen. Weinfässer. Oh, das ist billig Zeug nur. Hoch der Seier. Möchte nicht. Seier möchte da nicht hoch. Ja. Pro Gebäude gibt's nur einen Loot-Gegenstand. Super. Hab ich doch richtig gehört. The Turning Key. Locksmith and Security. Okay. Hab ich doch richtig gehört. Ich kann die aber mit dem Schalter da hinten deaktivieren. Das heißt, ich muss keinen Feuerpfeil benutzen. Nur vom Winkel her komme ich da nicht ungesehen rein. Ich könnte natürlich auch eine Blendgranate benutzen, um die Kamera kurzzeitig zu stunnen. Um sie dann zu deaktivieren mit dem Schalter. Mit dem Schlüssel? Bei Blendgranaten habe ich vier. Und Feuerpfeil zwei. Soll ich einen Feuerpfeil benutzen? Ja, dann nutzen wir Gaspfeil. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Sehr passt nicht dadurch, oder? Nee. Selbst wenn, die Kamera aktiviert doch eh nur das Ding da vorne. Das könnte ich eigentlich auch so schnell wie möglich reinrennen zum Hebel und jeden runterdrücken. Weil die Kamera braucht ein bisschen an Zeit, bis sie das Signal weitergibt. Wenn sie was entdeckt wird, das grüne Lämpchen davon, dann erstmal orange oder nach einer Zeit. Wenn sie das Target nicht verliert. Zu rot. Im schlimmsten Fall sterbe ich. Das Geräusch, der Kamera ist immer noch da. Der Schlüssel. Tsukedas. Na? Shop. Der Mr. Rufus. I know you've been so kind to use reason to us recently, but I'm afraid I have to ask your services once again. Once more, our port's coolest lever has broken off. Would you mind fair joining us a new one, since we provided you with a general access key as per your request? It would be most helpful if you could enter the square after business hours to fix it up. Although, I do have the Deutschler and the mother told you everything on your resolution, Maybe even follow-up to the start-up account account. But they're happy about to open up one or play in a future business. Of course. But they can also be left up.